Willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Es gibt endlich neuen Scheiß in Apex Legends. Nächste Woche, Dienstag, den 20. September, gibt es das nächste Collection Event, das Beast of Prey Collection Event. Samt dem Loba-Erbstück, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich zeige euch jetzt erstmal den Trailer, die meisten kennen ihn wahrscheinlich schon. Ich bin leider nicht früh genug dazu gekommen, ein Video dazu zu machen. Und dann würde ich sagen, starten wir auf der EA-Seite. Dort gehen wir ein paar Skins durch. Und vor allen Dingen gibt es einen neuen Limited-Time-Modus auf zwei verschiedenen Maps, auf den ich mich mega freue. Gunrun heißt dieser Modus. Mehr nach dem Trailer. Viel Spaß dabei. Bis gleich. All of the wild dictates. You can run. But you can never escape. You are either predator. Or prey. Violence for science. Time to introduce a little kiosk to my research. Up, up, up we go. See, amㅎㅎ. Depending for it... HadnestES We've got another Tor banana-ziegiones. Und dann schreit er das Aquamanos. Die Sendung mehrคurtive. Immer dadurch쪽 die Stagerncastige. In- Sin-Geran. Die Sendung mehr曲 Treine. This is just how it is. I don't settle. I'm not made that way. Now for the best part. Looting your corpse. Apex Predator. I'm Beauty and Beast. If the trailer doesn't have any more, I don't know. I don't know. The skins are really cool. And now look. Links Horizon, rechts Lifeline. It has a bit of Alien vs Predator. Links the Alien, or the Alien, and rechts the Predator, the Hunter. That looks really nice. I have to say, the skins are really cool. This piece of Lowbar I know, that this will be a Fächer. One animation you can see in the trailer. But the most interest me actually, with all the fun of Skins and so on. like in every Season Collection Event a new Limited Time Modus the end of the game. I think it's already on the mobile version. I think it's Gun Mode or Gun Game. Here it's Gun Run. I'm not sure. how exactly it works on two different maps. One of the Skulltown Original Kings Canyon, not the Relict Kings Canyon Season 14 and Fragment Ost from World's Edge. Really great maps for this mode. Four Squads on this map. All against all. All against all. All against all. All against all. Not under your own teammates. That should be clear. And we fight with a 25-stuva Waffenarsenal. One Kill. Next kill. Next kill. Next kill. With the next kill. You can see a timeline. You can see with every kill which one is next. With the kill. And finally you must the 25 kill with a Wurf. Wurf Messer make. That is very interesting. If this event starts, we can the Wurf Messer of the training I would say to see how it works on the training to find out. How it looks and how it looks like. I think it is cool that you can test it before you in your first round this Messer in the Kadaver of the Gegners per Wurf that is not so easy. and it is a boost. How the boost works I don't know but you can with a streak many Waffen that means you don't have to to play with them but that is I think a team based on the boost. How that works I don't know here So I think a great thing here Look free of things Also der Skin sieht ultra nice aus. Das Erbstück hat was. Ich bin auf die Animationen gespannt. Schreibt gerne mal in die Kommentare was sagt ihr zu diesem Erbstück. Dann haben wir natürlich die ganzen Skins. Einen Mirage. Ist das Mirage? Das war glaube ich Mirage mit der Alternator Pathfinder. Dann haben wir Octane mit der Proler. Proler Skins sind irgendwie alle immer mega fail. Hier das ist der Rampage Skin mit Horizon ultra ultra sexy. Das müsste die Havoc sein. Proler gefällt mir tatsächlich jetzt nicht so. Auch der Octane Skin ist nicht so der Hammer. Aber diese Kombination hier sind ultra nice. Und auch hier der Peacekeeper Skin in Kombination mit Lifeline allererste Sahne. Und hier haben wir eine der wahrscheinlich vielen Erbstück Animationen von Loba. Natürlich der Kopf von Revenant macht auch irgendwo Sinn. Es sieht ultra stark aus. Und es wird wahrscheinlich wieder eine Weile dauern bis dann die seltensten Animationen irgendwo rausgefunden wurden. Es hat schon was. Also ohne Scheiß. Es sieht geil aus. Ich bin echt gespannt. Wir können. Es gibt wieder einen Price Tracker. Dort können wir ein bisschen was selber freischalten. Natürlich ist das meistens nicht das Nonplusultra. Sollte klar sein. Und es gibt thematische Packs. Wir kriegen nochmal einen Extra Shop, wo wir gewisse Packs kaufen können. Zum einen hier ein Pack für 5000 Coins. Da kriegen wir schon mal 7 Event Packs. Und ein Event Skin dazu. Dann haben wir noch hier ein Lifeline Pack mit 3 Packs. Und so weiter. Und noch ein paar spezielle Skins, die wir aus anderen Events schon kannten. Wie zum Beispiel hier Gibi mit Spitfire. Oder Watson mit... Oh Gott, was ist das für eine Waffe? Ist das eine... Ich erkenne es nicht. Ist das ein Hemlock? Ich bin mir nicht ganz sicher. Egal. Scheiß drauf. Geht es nicht rum. Und dann haben wir vom 23 bis 27 September nochmal eine Kombination aus sehr beliebten Skins. Wie zum Beispiel hier den Crypto Skin, der eigentlich ganz geil ist. Auch der Caustic Skin ist echt ultra, ultra nice. Und hier unten geht es dann weiter mit dem G7 Skin zum Beispiel. Passend dazu ein Bangalore Skin, Bloodhound Skin und so weiter und so fort. Auf jeden Fall wird es ultra interessant. Es gibt ein paar kleinere Patch Notes. Meiner Meinung nach nicht groß der Rede wert. Es gibt ein paar Kostenänderungen beim Arena Modus. Hammer. Drowns, Mosambik und so weiter. Wird ein bisschen teurer. Aber die Rampart. Rampart bekommt auf Sheila einen... Keine Ahnung. Kann man Buff oder ne? Buff wahrscheinlich. Du kannst den Zweifach- und den Dreifach-Zoom bei Sheila kannst du jetzt in deinen Sensibilitätseinstellungen, in den eigenen kreierten Sensibilitätseinstellungen, kannst du das auch jetzt extra einstellen. Und das finde ich eigentlich eine ganz, ganz interessante Geschichte. Müssen wir dann mal in den Optionen gucken, wo man das genau findet. Und ein paar Bugfixes gehe ich jetzt ebenfalls auch nicht zwingend drauf ein. Mehr gibt es hier eigentlich gerade nicht zu berichten. Der Trailer ist geil. Die meisten Skins sind geil. Der Modus wird garantiert ultra, ultra nice werden. Jetzt bin ich auf eure Kommentare wie immer gespannt. Aber bleibe mit freundlichen Grüßen und streame natürlich selbstverständlich am Dienstag in das neue Event rein. Und freue mich ultra auf euch. Und wer Bock hat, am kommenden Samstag jetzt reinzuschalten, ich teste die neue COD-Beta. Heute ist Trailer-Premiere. Funtoo zum Beispiel, der streamt gerade aus LA Live. Lohnt sich sicherlich da mal reinzuschalten. Und vielleicht wird es endlich mal ein COD, was sich endlich wieder lohnt zu holen. Aber ich genieße das mit Vorsicht. Endlich nach ein paar Jahren lerne ich draußen. Kauf es mir nicht vorher und merke dann, dass es wieder eine riesen Enttäuschung ist. Also wer da Bock hat, am Samstag einfach mal mit mir gemeinsam rauszufinden, ob die Beta oder eventuell dann später die Vollversion was ist für uns. Dass wir vielleicht mal ein neues Spiel hier in meinen Livestreams testen können, würde ich mich auf jeden Fall mal darüber freuen. Ein bisschen Abwechslung neben Apex Legends natürlich. Das war es jetzt aber wirklich von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.